Setzen Sie ein, woher kommt er oder sie? Er oder sie kommt aus Italien, aus Indien, aus Kroatien, aus dem Sudan, maskulin, aus Kenia, aus Thailand, von den Philippinen, das sind Inseln im Plural, er oder sie kommt, aus Griechenland, aus dem Senegal, maskulin, aus Russland, aus Australien, aus dem Libanon, maskulin, aus der Türkei, feminin, aus Brasilien, aus Peru, aus Pakistan, aus der Mongolei, feminin, aus Österreich, aus der Ukraine, feminin, aus Schweden, aus Marokko, aus Marokko, er oder sie kommt, aus Brasilien, aus Portugal, aus Kuba, aus Angola, aus dem Irak, maskulin, aus Deutschland, aus Äthiopien, aus Äthiopien, aus Äthiopien, aus Eritrea, Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen, wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Meine Frau, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Alles Bitte,